Willkommen zur Filmbesprechung Past Lives. Ich bin der Paul. Ich bin der Janne. Und wir reden über Filme. Kleiner Tipp an euch. Schaut den Film euch an, bevor ihr euch das anschaut. Oder seid bereit oder akzeptiert es, dass ihr gespoilert werdet. Weil wir reden über alles. Und das heißt inklusive potenzieller Spoiler. Auch wenn ich das jetzt finde, ein Film ist, wo... Selbst wenn ihr quasi wüsstet, was der Plot ist, ist es nicht so krank tragisch, finde ich. Nee, gar nicht. Weil die Stärken von dem Film woanders liegen, habe ich das Gefühl. Und da reden wir jetzt drüber. Im Film Past Lives geht es darum, dass zwei Kindheitsfreunde sich nach roundabout 25 Jahren wiedertreffen. Und das in New York. Und das Besondere dabei ist, dass eben sie, die Nora, ausgewandert ist mit zwölf, also ihre Familie ausgewandert ist. Und quasi ihre Kindheitsbestenfreund Liebe quasi zurückgelassen hat. Und die sich jetzt nach roundabout, ich hätte mal 25 Jahre ungefähr gesagt, sich wieder treffen in New York. Und um Entscheidungen geht, die im Leben getroffen wurden. Gefühle, Emotionen und ja, das ist so quasi das Grundsetting, in dem wir uns befinden. Und das erzählt der Film in den spannten 109 Minuten, glaube ich. Ja, das ist eine sehr angenehme Länge. I like it, 106 Minuten, ja. Ja, den könnt ihr leider nicht mehr im Kino gucken. Ja. Weil den gibt es schon seit letztem Jahr. Könnt ihr euch aber ausleihen bei Amazon oder so. Yes. Vielleicht kommt er ja nochmal ins Kino. Wenn er einen Oscar gewinnt. Wenn er einen Oscar gewinnt. Weil Ding ist dick nominiert. Ich suche mal kurz raus, aber red weiter. Vielleicht auch in Traumpalast. Also checkt es auf jeden Fall aus, wenn die Oscars rum sind. Weil da läuft dann immer nochmal viel. Ähm, ja. Ja. Ist nominiert für Best Picture. Ist die größte Kategorie. Also bester Film. Best Film, ja. Und Best Original Screenplay. Das ist auch interessant. Ähm, ist ziemlich geil. Äh, sonst wüsste ich gerade hier, sehe ich irgendwie gerade nichts. Aber es ist, ähm, ich habe das Gefühl, es könnten mehr sein. Aber es sind nur zwei Nominierungen. Verrückt. Ähm, ja. Aber zurecht nominiert. Denn das ist ein richtig guter Film. Jetzt mal kurz zusammengefasst. So. Äh, es ist ein bisschen... Wir hatten hohe Erwartungen, als wir... Also wir hatten hohe Erwartungen an den Film. Bevor wir ihn geschaut haben. Und die Erwartungen wurden auf gewissen Aspekten übertroffen. Weil ich habe zum Beispiel nicht erwartet, dass er so insane aussieht. Aber ich hatte irgendwie andere Erwartungen, wenn es um die Story ein bisschen geht. Also irgendwie habe ich die... Habe ich mit etwas anderen gerechnet. Ich habe mehr Dramaturgie erwartet. Ja. Und weniger... Also ich dachte, es ist ein bisschen mehr romantisiert oder sowas. Und weniger authentisch. Weil das ist dieser Film halt, der sehr ehrlich direkt... Sehr real. Ja, sehr real. Das ist auch sehr gut daran. Aber irgendwie strange. Ähm, was sind so deine Grundgedanken zu dem Film? Was du so mitteilen möchtest? Es ist ein bisschen schwierig. Weil ich hatte eigentlich ein krasses Drama erwartet. Ja. Und es war ein Drama. Aber es war nicht sehr dramatisch. So ein bisschen das Ding. Und ich hätte auch nicht erwartet, dass er so geil aussieht. Mhm. Ja. Ja. Grundding so ein bisschen... Habe ich mich schon enttäuscht gefühlt. Aber jetzt nicht schlecht unterhalten. Das ist irgendwie so. Ja. Dieser Film, der ist halt irgendwie krass, weil er so real ist. Weil er halt sehr authentisch ist, sehr echt ist. Und keine von den Figuren Entscheidungen trifft, die keinen Sinn ergeben. Ja. Es gibt ja viele Dramas, wo man die klar auch irgendwie... Also die dramatisch sind, weil was sehr dramatisch passiert. Das ist in dem Fall nicht der Fall eigentlich. Also weil irgendwie was Schlimmes passiert. Schicksalsschlag. Irgendwas passiert ja bei denen nicht. Oder weil diese Figuren halt so charakterzügige Emotionen zeigen, die so schon ein bisschen drüber sind, um es dramatischer zu machen. So, weißt du? Und es macht der Film beides nicht. Genau, es macht der Film beides nicht. Weil ich meine, das kann ich jetzt bei Spoiler und sowas schon mal vorwegnehmen. Ich meine, sie verlässt ihren Ehemann nicht. Für ihre Kindheitsliebe. Und das sind halt so Sachen... Die in einem anderen Drama vielleicht zu einem großen Konflikt... Genau, die vielleicht einen großen Konflikt hervorgerufen hätten. Aber der Film geht da halt sehr echt ran und sagt, die ist seit sieben Jahren mit ihrem Mann verheiratet. Für den sie sich entschieden hat. Für den sie sich entschieden hat. Die hat aus dem Grund geheiratet. Die wird jetzt nicht auf einmal den verlassen, um mit einem anderen Mann zusammen zu sein. Den zum ersten Mal seit fast 30 Jahren wieder sieht. Genau, und das ist auch so der Punkt. Und das ist auch einer der Kritikpunkte, den ich halt hab. Und ich weiß nicht, das ist, glaube ich, eine Perspektive-Frage. Weil für mich stand auch in diesem Film nie die Option da. Also für mich war immer klar, dass sie bei ihrem Mann bleibt. Ja. Also so, es gab keine Szene, wo ich das Gefühl hatte, das könnte jetzt umschwingen oder sowas. Sondern es war immer für mich so, er hat diese Interessen und kommuniziert hier auch. Und das ist ja auch in Ordnung oder so. Und ich dachte, vielleicht passiert mal was. Also seitensprungmäßig vielleicht so. Aber ich war zutiefst davon überzeugt, dass sie jetzt nicht ihn verlassen wird, um mit ihm zusammen zu sein. Und ich finde, das ist zum Beispiel so eine Thematik. Ich will nicht sagen, dass es besser gewesen wäre. Aber ich glaube, das hätte es für mich spannender gemacht, wenn ich mehr daran gezweifelt hätte, ob das klar ist, dass sie da bleibt. Weißt du? Und da frage ich mich so, sehen das andere einfach und sind da quasi sensibler und haben diesen Neid, den ja auch der Mann gespürt hat oder auch gezeigt hat, haben die den anders interpretiert und irgendwie mehr diese Fragilität in dieser Beziehung gesehen? Oder bin ich das einfach jemand, der so irgendwie sehr confident wäre, dass das nicht passiert oder sowas? Oder haben wir, waren wir jetzt unaufmerksam, haben es irgendwie nicht, also so. Es kann auch einfach sein, dass wir vom Typ her irgendwie da so eine Überzeugung haben. Oder halt wieder ein Klassiker. Das ist halt eine Perspektive, die als Europäer wieder anders wahrzunehmen ist. Aber dann, also alle, die ich wusste, die den Film gesehen haben, fanden den halt insane. Und dann denke ich mir so, muss ja irgendwie bei denen mehr wiedergeklungen werden. Ich glaube, das haben andere Leute anders bewertet. Oder sich selbst schon mal in so einer Situation gesehen. Ja. Ich konnte damit nicht so 100% relaten. Weil ich, glaube ich, nicht eifersüchtig wäre. Genau, same. Also halt auch sowas, weißt du? Und das auch nicht unbedingt von meinem Partner erwarten würde. Dass er eifersüchtig ist? Ja, irgendwie, ich meine, klar, das, also ich würde es denen nicht vorwerfen, wenn es so wäre. Aber ich würde es einfach nicht so richtig nachvollziehen können. Ja. Weil es halt auch einfach logisch überlegt halt keinen Sinn ergibt, so. Ja, genau, richtig. Also so, na klar, sind Emotionen nicht rational so, sondern das ist natürlich eine klare Situation. Und aus meiner Perspektive jetzt würde ich auch sagen, wenn ich eine Freundin hätte, die dann einen Kindheitsfreund wieder trifft, und ich weiß, bei denen war mal so eine gewisse Tension, auch was ist ja in dem Film ja auch nicht wirklich, also, die Zeiten, die wir zusammengelebt haben, die ist mit 12 weggezogen, weißt du, da war wenig romantische Tension. Klar, die waren eine süße Kinderbeziehung, so, weißt du, so, aber es ist jetzt irgendwie nicht so, das ist eigentlich eher fragwürdig, wie krass dieser andere Typ seine Zukunft auf sie projiziert hat. Ja, das fand ich auch krass. Und ich glaube aber, das ist ja das, worum es geht in dem Film. Ja, auf jeden Fall auch, aber... Also, weil ich glaube, dass es von ihrer Seite aus, oder dass es für uns ziemlich schnell klar war, dass es von ihrer Seite aus da keine romantische Verflechtung mehr geben wird. Ja. Ich glaube, das hat der Film schon gewollt. Ich glaube, es ging dann nur mehr noch um ihn auch so ein bisschen, weil er ja... Wie sie damit umgeht, oder was? Genau, es ging ja darum, wie er irgendwie dieses ideale Bild von ihr noch im Kopf hatte. Und ich glaube, das ist ja auch das, was der Film so ein bisschen zeigen wollte, so, dass er kannte sie ja nur, als sie zwölf war, in Person. Und dann haben sie eine Weile miteinander geskypt, so ein Jahr oder so, immer wieder, haben aber festgestellt, sie sind an unterschiedlichen Punkten in ihrem Leben. Und er wird nicht von Korea zu ihr ziehen und sie wird nicht von USA zu ihm ziehen. Ja. Und dann war halt irgendwie klar, sie cutten es da wieder. Aber in seinem Kopf war immer noch dieses idealisierte Bild von ihr, als sie zwölf war drin. Mhm. Und ich glaube, das war so ein bisschen dann auch die Realisation am Ende halt von ihm. Zum einen halt von ihm diese Realisation. Okay, ich check jetzt, du bist ein anderer Mensch geworden. Ja. Deshalb finde ich dich nicht weniger toll, aber ich verstehe es so. Du bist einfach ein anderer Mensch, hast dein eigenes Leben, so. Es gibt ja auch diese Szene, wo er auch sagt, dass sie eine Person ist, die geht und weitergeht. Ja. Und sie aber in ihm jemand gefunden hat, wo sie bleiben kann. Ja. Also in ihrem Mann quasi. Ja. Und das ist ja auch diese Realisierung, er versteht ja auch, dass sie glücklich ist. Genau. Auch wenn das ja eine große Thematik ist, die da auch aufgebracht wird, dieser Dialog im Bett zwischen ihr und ihrem Mann. Ist super toll geschrieben, also die Olegel können wir gleich nochmal reden, so. Aber es ist irgendwie, mir steht ja dieser Grundkonflikt, der mich nicht so abgeholt hat, weil er halt für mich weniger ein Konflikt war. Ja. Und ja, da weiß ich nicht, ob mir einfach... Ja, aber das meine ich damit weniger dramatisch. Ja. Also wenn ich jetzt meine Kindheitsfrühe Jugendliebe oder sowas wieder treffen würde, dann... Sagt man Hallo, man redet und... Sagt man Hallo, man versteht sich so und redet und da kommen keine alten Gefühle wieder auf. Nee, das hat alles Gründe, warum das nicht mehr ist, ne? Ja, genau, also nicht mal, dass da irgendwie was passiert wäre, aber so, wenn man so einen alten Crush wieder trifft oder sowas. Und das fand ich halt in dem Film, da musst du dir zustimmen, halt so ein bisschen komisch an der Grundprämisse, dass die halt sich das letzte Mal gesehen haben, als sie zwölf waren. Mhm. Und für mich nicht so richtig gut rausgearbeitet wurde, dass das scheinbar eine sehr, sehr prägende Beziehung für die beiden war. Ja, oder für ihn vor allem. Ja. So, dass er ja auch aktiv nach ihr gesucht hat und so. Genau, der hat halt drei Sätze gesprochen in dem Rückblick, den man am Anfang sieht, so. Ja. Und es ist so... Jetzt halt irgendwie dieses Projektieren von ihm, aber ich glaube, was halt auch eine Thematik ist, ist so... Ich meine, der Unterschied ist, wenn du zum Beispiel, oder wenn wir irgendwie einen Schul-Crush treffen würden, entweder lief da gar nichts, weil es war ein Crush und man hat sich nicht getraut, weil, keine Ahnung, Mädchen gruselig. Oder die andere Option ist, man... Es lief fast und es ist auseinandergegangen und dann hast du ja einen Grund, warum das nicht mehr lief, so. Und das hatte er ja nicht. Also er hatte ja diese Emotionen, Gefühle und so, die immer aufgebaut wurden und dann einfach quasi pausiert wurden für ihn. Aber es war ja nie so eine Conclusion oder so ein Ending, weißt du? Ja, das stimmt. Bis am Ende vom Film, was ja quasi das erst beendet hat. Und das war irgendwie das Interessante. Andererseits ist da halt der Punkt so, ich wünsche mir für jeden 30-jährigen Mann, dass er es hinkriegt, seine Beziehung, die er sich mit 12 ausgedacht hat, zu verarbeiten und darüber hinweg zu kommen. Also, weißt du, das ist so ein bisschen... Safe, safe. Klar, ist ein Thema auch von dem Film. Ja. Genau. So eines der Hauptthemen oder eigentlich das Hauptthema so. Richtig. Und es ist so, ich glaube, wir hängen uns da in so einem gewissen Teil auf, weil... Ich meine, der ist halt wichtig, weil das der treibende Konflikt ist, der dich erhuckt halten soll. Und der ist halt irgendwie, ja... So, es ist gut geschrieben, es funktioniert, aber es hat uns jetzt einfach nicht so abgeholt, habe ich das Gefühl. Nee, nee. Einfach nicht so hundertpro. Und eigentlich habe ich so das Gefühl, es sind so Themen, die ich eigentlich auch schon mal in meinem eigenen Leben hatte, weißt du, auf eine Art oder Weise. Zwar nicht genau in dem Aspekt, dass es eine Beziehung aus der Kindheit ist und so, aber diese Thematiken von man geht getrennte Wege, hat aber eigentlich noch so Gefühle füreinander oder man hat es noch so eine... Man führt ja eine Beziehung zu jedem Menschen in seinem Leben, weißt du. Ja, und halt... Es geht ja nicht um eine romantische Beziehung, sondern einfach eine grundsätzliche Beziehung, die sich halt auseinanderlebt. Also es kann um Leute aus dem Studium, die auf einmal wegziehen oder so. Beispiel, weißt du. Ja, genau. Oder Sachen, wo man keine Closure bekommt. Also wie sagt man da so ein... Wo man keinen festen Abschluss bekommt oder keinen Abschluss für sich hat, so. Ja. Weil das ist ja das, was die ja prinzipiell nicht hatten in dieser Beziehung, so. Ja. So kein Abschluss, so. Das ist einfach auseinandergerissen worden. Ja. Und theoretisch haben sie ja dann, als sie angefangen haben zu skypen, fast da weitergemacht, wo sie aufgehört haben. Wo sie halt beide inzwischen 22 waren oder irgendwas. Und da war ja auch der Punkt, die haben ja eine Tension untereinander. Also weißt du, die finden sich gegenseitig toll. Und das ist ja auch voll in Ordnung. Also das ist ja genau der Punkt, nur er hat sich halt darauf fokussiert und sie hat halt ihr Leben weitergelebt. Und das ist ja, ich finde, das ist der Teil, wo der Film dann stärker wird, wo ich so direkt nach dem Film schon nicht drüber nachgedacht habe, aber was ich dann so noch im Bett lag, so drüber nachgedacht habe, heute Morgen und so. Also für mich dieser Punkt so, klar, das ist dieser Hauptkonflikt, der so im Vordergrund steht, aber eigentlich ist es ja eher eine große Frage darüber, wie man sein Leben lebt. Also wie man mit dieser Thematik Schicksal, ist ja auch ein großes Thema, dieses On-Jungen da. Ja, genau. Und Vergangenheit auch. Vergangenheit und halt eben halt auch, wie man über Entscheidungen nachdenkt, die man selber getroffen hat im Leben. Weil das ist ja auch ein großes Thema, wo die ja auch drüber reden, was wäre, wenn. Dieser Grundgedanke, den ja jeder mal hat, so, was wäre, hätte ich denn das und das gemacht? Oder was wäre, hätte ich ein Jahr später studiert? Also so, diese Thematik, und die sind ja auch super schön aufgearbeitet. Und das finde ich den viel schöneren Konflikt, weil der ja auch in ihr so eine Thematik auslöst. Auf jeden Fall. Wo nicht nur von ihm getriggert wird, sondern eben auch aus dem Neid raus von ihrem Mann. Also weißt du, dass er ja auch die Frage stellt so, hast du dir das eigentlich so vorgestellt, mit mir jetzt hier in so einem kleinen Apart in New York zu liegen, so. Und das ist natürlich eine extrem beschissene Frage eigentlich, weil es extrem konfrontierend ist. Und wenn du dir so die Frage stellst, natürlich hast du als Kind andere Träume als das, aber ich finde, es hat sie sehr gut gehandelt, die Figur. Heißt ja nicht, dass man nicht so trotzdem zufrieden sein kann. Ja. Nur weil man mehr will, heißt ja nicht, dass man unzufrieden ist. Auf jeden Fall. Aber das ist halt auch irgendwie so, das haben sie auch gut rausgearbeitet, wie unterschiedlich die beiden dann doch sind auf dieser Ebene, dass halt sie jemand ist, der eher nach vorne, also einen Blick nach vorne richtet, so. Ja. Der nicht in der Vergangenheit hängt, so. Ja. Und das ist halt bei ihm was ganz anderes, so. Er lebt halt, glaube ich, schon sein Leben in der Vergangenheit. Und das hast du ja auch in vielen Szenen, finde ich, gesehen, so. Da, wo er dann auch, ich meine, es wurde erwähnt, dass er eine Freundin gefunden hat. Ja. Kurze Szene gezeigt, so, schnitt weg. Und der hatte ja dann vor seinen Freunden, mit denen er gesoffen hat, zum Beispiel auch nicht mehr erwähnt oder so. Und das sind, glaube ich, so Sachen. Ich glaube, der Typ musste halt lernen oder sein Learning war, oder das Learning von dem Charakter war ja am Ende eigentlich, dass er lernen musste oder lernen muss abzuschließen mit sowas, weißt du? Weil er sonst ja sein Leben jetzt verpasst, so. Und so hinterher rennt, so eine Idealvorstellung. Genau, der rennt so einer Idealvorstellung, zu seinem Kindheitstraum hinterher. dieses Mädchen zu heiraten oder mit der eine romantische Beziehung aufzubauen. Und vergisst halt dabei dann um sich herum, dass er, was er sich eigentlich aufgebaut hat, so. Ja. Ja, das ist so, ich finde das auch so, dass dieses Warum oder was das Ziel von ihm war, ist ja irgendwie klarer. Ich frage mich halt bei ihr so, wo die Entwicklung passiert. Also, weißt du, so. Ja, aber bei ihr ist das ja so ein bisschen ein laufenderes Ding. Und ich glaube, das ist ja das, was der Film auch zeigen wollte, dass sich Leute unterschiedlich entwickeln über die Jahre und unterschiedliche Perspektiven dann entwickeln aufs Leben. Und das hat sie gar nicht so alt gebraucht, weil die ja relativ zügig damit abgeschlossen hat, weil sie eher in die Zukunft geblickt hat, als halt zurück so. Ich glaube, das wollte der ja halt auch irgendwie zeigen. Ja. Und ich glaube, das ist ja so ein bisschen dieses Ding, was der Film zeigen wollte. Und ich glaube, deshalb gefällt er vielen Leuten so gut, weil das ja schon ein Gefühl ist, das man haben kann, nicht nur auf Beziehung bezogen, sondern dieses Was-wäre-wenn-Ding so. So, was wäre, wenn ich damals mich nicht entschieden hätte, zu studieren, wie du schon gesagt hast. Was wäre, wenn ich, keine Ahnung, dem Mädel in der Klasse damals gesagt hätte, dass ich voll auf dich stehe. Ja. Und nicht nur meine Fresse gehalten hätte. Oder was wäre, wenn ich, in dem Fall, was wäre, wenn ich doch nach New York gezogen wäre, als du mich danach gefragt hast. Und das ist ja diese große Grundthematik irgendwie so, was wäre, wenn. Und wenn ich in meinem früheren Leben was anders gemacht hätte, wie würde sich das auf meine Zukunft auswirken? Und das finde ich, hat er gut gemacht. Hat er, genau, das ist ja der Punkt, wo es darum geht. Und das ist halt irgendwie, was er halt zeigt, ist halt die verschiedenen Umgänge damit. Und es ist ja auch, also ich meine, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber man denkt da manchmal drüber nach, und es macht auch Spaß, drüber nachzudenken, dieses was wäre, wenn und sowas. Aber grundsätzlich ist halt dann die zwei Optionen von Leuten, die, wo den Ganzen hinterherhängen und die, wo halt das akzeptieren und halt weitermachen. Und das waren halt auch die beiden quasi. Ja. Und er, wenn er die Closure bekommen hat, so, aber für sie ja, es ist schon länger eigentlich geklärt war. Genau. Oder andersrum, es war geklärt, aber es war so, es hing schon noch so im Raum halt, dass beide wissen, dass da eine gewisse Tension ist. Ja, du merkst es ja, du merkst es ja dann am Ende, so ganz am Ende, wo sie dann weinend ihrem Mann in die Arme fällt. Ja. Merkst du, dass es, dass sie vielleicht nicht ganz so... Sicher ist, wie sie es kommuniziert hat. Genau, wie sie nach außen gewirkt hat, auch auf uns gewirkt hat, so, bis sie da am Ende so ein bisschen bricht, einfach so in ihrer Rolle. Weil es jetzt halt absolut geschlossen ist. Genau, weil es jetzt halt wirklich Ende, Ende. Sie musste es ja aber auch machen, weil sie ja quasi, sie war ja die, die in der Story einfach quasi das größte Problem hatte. Weil sie ja zwischen diesen, zwischen ihrer Beziehung im aktuellen Leben und dieser Vorstellung von, was hätte sein können, lebt. Und mit beiden konfrontiert ist und beides in Ordnung klingt, aber nicht super, aber anders sein könnte. Und anders ist ja oft mal eine Option von, es kann besser sein, es grases Grüne auf der anderen Seite. Vom Teich, wie heißt das, ne? Genau, genau, dass halt Leute nicht zufrieden sind mit ihrer Ist-Situation und dann sich fragen, was wäre, wenn, ja. Und sie ja auch diese Option offen hatte immer, so quasi indirekt, und die jetzt so quasi selber bewusst sich entschieden hat, die zu schließen, so auch. Genau, und ich glaube, das ist halt das Ding, dass halt Menschen, warum Menschen das gefällt und warum sie es geil finden, ist so, dass du halt, dass bestimmt viele schon mal eine Situation hatten, wo sie dachten, Hätte ich da mal was anderes gemacht. Genau, und da ist eine Chemie zwischen uns beiden. Aber das Timing ist nicht gut, weißt du? Es ist so ein bisschen dieses, da gibt es diese Chemie und die Verstehung ist extrem gut, wir können uns den ganzen Tag unterhalten und wir sind nicht gelangweilt voneinander. Aber irgendein außenstehender Faktor blockiert es. Genau, der außenstehende Faktor, bei denen halt einfach diese örtliche Familie zieht weg. Getrenntheit so, die Familie zieht weg und die sind so weit voneinander weg. Auch dann später, um die in ihren Zwanzigern, so als sie dann sich da wieder reconnecten, aber dann halt auch wieder merken, das Timing stimmt nicht, es passt nicht. Und das ist halt, glaube ich, so dieses Ding, was halt beide hatten und wo halt beide verschieden mit umgegangen sind, wo sie dann halt am Ende in Tränen ausgebrochen ist und er hat aber das gebraucht, so sie zu sehen, ihr Leben jetzt zu sehen und zu sehen, dass sie glücklich ist. Genau, dass sie glücklich ist und dass er nicht ihr Glück ist. Ja, und es auch okay ist. Ich meine, das ist ja auch der Punkt, also am Anfang hatte ich mir so, jo, der Typ soll mal chillen, weißt du, der mischt sich gerade voll in den Leben ein, aber er hatte ja diese, klar, er hatte die Erzählung, aber hatte die Perspektive nicht und er hat es halt gebraucht, das zu sehen quasi und hat ja am Ende auch so klar, er hat sie konfrontiert mit den Aussagen so, auf eine direkte Art, was aber auch zum Lösen der Problematik quasi für ihn ja auch wichtig und richtig war so, also finde ich. Für sie war es halt extrem stressig, weil sie konnte sie ja quasi nicht raussuchen, da jetzt konfrontiert zu werden so, aber er hat ihr ja am Ende auch diese Closure gegeben so, weißt du so. Er hat es ja auf eine charmante Art und Weise gemacht. Ja. Also er ist ja nicht hingeflogen, hat gesagt, hat einen Ring mitgebracht und gesagt, heirate mich. Ja, genau, kommentierend war der jetzt nicht. Genau, sondern er ist halt hingegangen und hat es irgendwie erstmal auf sich wirken lassen so. Ja. Und hat da keine feindlichen Gedanken gehegt. Ja. Ich glaube, was wir vielleicht auch nicht so ganz verstehen, ist diese koreanische Kultur hinter dem Ganzen so. Ja, ich meine, da ist ein gewisser Punkt, den man schon, also der so klar sind, ist, dass die Perspektive von Männlichkeit eine andere ist quasi. Ja. Von der modernen westlichen Perspektive und der aktuellen asiatischen oder südkoreanischen Perspektive quasi plus halt der Umgang mit Emotionen ist halt ein anderer. Ja. Also vor allem, wenn du jetzt Amerika nimmst, die extrem outgoing sind und dann hast du halt ein Korea oder so, was sehr ruhig ist so oder halt sehr reduziert ist, zurückhaltend, was ja auch ein Punkt ist. Aber es war, ja, ich glaube, da sind gewisse Aspekte, die uns halt safe weggefallen sind. Genau. Und das ist ja dieses, das ist ja das mit diesem Injun, was sie da noch beschrieben haben. Ja. Also wo dann irgendwie so, ich will das nicht komplett falsch erzählen, wo ich, aber wo es halt darum geht, dass sich Leute, bei diesem Injun geht es irgendwie darum, dass sich Leute zufällig in verschiedenen Leben begegnen. Ja. Es kann nur eine Berührung sein, die zufällig in der Bahn passiert und man schaut sich kurz in die Augen, so das sind solche Injun-Momente irgendwie. Ja. Und irgendwie sagen die, nach 8000 Injun-Momenten, die du in früheren Leben hattest, heiraten die zwei Personen. Ja. Weil sie dann sich finden sozusagen, die zwei Seelen sich finden, so. Ja. Und das ist ja auch ein großes, ja. Dieses Schicksal-Thematik. Dieses Symbol in diesem Film, so. Ja, auf jeden Fall. Diese Schicksalsthematik, so was, und was ja dann auch wieder reinspielen mit diesem, was wäre, wenn, so. Und dann, und da die sich beide halt diese Erkenntnis bekommen, so, wir haben jetzt noch nicht die 8000 Mal geknackt, so, aber in einem anderen Leben wird es vielleicht passieren. Genau, richtig. Und das ist ja irgendwie auch das Schöne, dass du dir diese ganze Punkt von Entscheidungen ist, Weil da ja auch diese Idee ist, hätte, wäre sie nicht weggezogen, also wäre die Film nicht weggezogen, so, vielleicht wären es genug Punkte gewesen, um auf die 8000 zu kommen, quasi. Ja. Und das ist ja auch einfach diese ganz schöne Symbolik von dieser einen Opening-Sequenz, wo sie ja wegzieht und sie die Treppe nach rechts geht, rechtsperspektivisch, in der Bildsprache, die Zukunft, weißt du. Ja. Er geht nach links, unten, bildperspektivisch, die Vergangenheit, oben, positiver, unten, negativ, weißt du, das ist auch so eine Bildsymbolik, kannst du dieses eine Bild analysieren und dadurch darüber den ganzen Film erklären, also wenn man das unbedingt möchte, aber der wird ja auch später nochmal genau als Symbol nochmal eingeführt, eben als sie gehen und eben halt wieder in verschiedene Wege gehen, so. Ja, und auch wieder schweigen einfach, und es ist ja irgendwie auch nichts mehr zu sagen haben, so. Und das ist so, das ist so ein Punkt, der Film, wenn ich beim direkten Schauen, nicht geflasht, so, die Bilder schon, die sind echt sehr schön, aber der Film lässt mich sehr viel nachdenken. Ja. Und er macht sehr viel Spaß, darüber zu reden, so. Ja. Ja, genau, weil es irgendwie, es ist ja auf eine Art auch eine Hole zum Thematik. Ja. Es muss ja nicht immer schlecht sein. Nee, es ist einfach eine, es ist halt wenig, extrem im Sinne von, ich weiß nicht, wie es so wie gesagt wird. Jan, The Whale ist ja sehr extrem in den Gefühlen, die er in den Anzeigen weckt. Ja, genau, es ist kein, es ist kein Event, das gezeigt wird, so. Ja. Sondern ein Moment in dem Leben. Ja, ein Ausschnitt, ja. Oder andersrum, es ist kein explosiver Moment, so rum. Ich meine, es ist schon eine große Situation, die gezeigt wird, so, aber es ist jetzt eben kein The Whale, so, wo klar ist, der wird sterben, so nach dem Motto, so. Nee, das weiß man. Sorry. Oder es ist kein, also jetzt mal blöd gesagt, es ist kein Endgame, wo du weißt, wenn die es nicht schaffen, stirbt die ganze Menschheit, so. Weißt du, so, es hat nicht dieses riesen End-of-the-World-Szenario-Ding, sondern es ist halt ein Szenario, das jeder leben kann und das ist halt dafür wunderschön erzählt, weil es sich halt einfach super authentisch anfühlt. Ja. Ich glaube, wir verrennen uns gerade ein bisschen, ich weiß nicht, aber ich glaube, es ist klar geworden, was unsere Perspektive da ist. Ich denke auch. Es ist strange und es macht sehr viel Spaß, den anzugucken. Ja. Das ist sehr cool. Lass mal über unsere Themen reden, unsere Kategorien. Ja. Lass mal mit dem Bild anfangen, weil... Weil... Das Ding ist auf 35mm wieder gedreht und es sieht leckerschmecker aus. Schmackotastisch. Wir saßen die Hälfte da und dachten uns, boah, boah, boah. Die hatten ja auch diese Szene dann in dieser Künstlerresidenz in Kanada oder was es war, auf dem Land. Es war auch so ein bisschen, kamen da so Astrid-Link-Rin-Vibes auf, fand ich so ein bisschen, so Pipi-Langstrumpf-mäßig. Aber auch so ein bisschen call-me-by-your-name-Vibes. call-me-by-your-name-Vibes. Und das ist ja so ein bisschen das, warum wir, oder warum ich zum Beispiel, den Grain, weil das irgendwie sich so echt anfühlt und so haptisch und einen ja theoretisch auch in eine Zeit zurückversetzt, wo man halt abends nochmal irgendwie oder am Sommerabend mal Astrid-Link-Rin-Gucken durfte mit seinen Geschwistern oder sowas, der irgendwie so einen Pipi-Langstrumpf angucken durfte. Du hast aber ein Bild, was nicht perfekt ist. Du hast so den Grain irgendwo, du hast so einen Bildfehler. Genau, so einen Bildfehler mal drin. Kontraste irgendwie ein bisschen viel oder sowas. Genau, aber das ist halt, das fühlt sich halt so echt an und das ist halt das Geile. Das ist geil. Es fühlt sich halt nicht so perfekt an, im Sinne von es ist technisch perfekt, sondern es fühlt sich so perfekt menschlich an, so weißt du. Ja, so Fundamentale irgendwie. Ja. Ja, und das unterstreicht, genau natürlich und das unterstreicht ja dann aber auch wiederum sehr gut diese Geschichte. Also dieser Einsatz von Film war jetzt kein Gimmick, sondern hatte einen Mehrwert. Hatte einen Mehrwert. Hat das Ganze nochmal haptischer für gemacht beim Angucken. Und man muss halt sagen, es ist halt ein Drama. Du kannst nur so und so viel machen, was die Kamera angeht. Also klar, theoretisch kannst du ja, wenn es ein Sci-Fi-Ding ist, was anderes machen wir jetzt bei einem Menschenreimer. Aber ich finde so, die haben sich halt sehr viel getraut, mit Silhouetten zu arbeiten, mit schönen Farbmotiven zu arbeiten, die verschiedenen Welten darzustellen. Also eben halt China und Korea und dann halt eben auch New York. Das super darzustellen. Auch das Blocking in verschiedenen Szenen. Geiles Blocking, dicke Kartraschen teilweise so. Also die wild geschnitten wurden, wo du erst denkst, ey, da ist viel zu viel Platz. Dann kommt da die Freiheitsstatue reingedüst, weißt du, als Symbolbild. Ja, und es sieht halt aus wie, es ist halt so ein bisschen wie so ein Fotowalk von so Pretentious-Leica-Fotografen. Ja, wisst du. Fotowalk durch New York machen. Aber auch so eine Einstellung, wo die so am Wasser entlanglaufen und es einfach so ein riesiger Jibarm ist, oder ich vermute, das ist ein Jib, das wäre ja eine Drohne, weiß nicht, egal. Aber so ein langer Move ist quasi, also von so einer totalen runtergeht, sie über den Wald flirrt. Dann gehen die auch mal in den Busch, du siehst sie mal für drei Sekunden nicht. Aber es ist egal, das ist der Dialog, der darin gemacht wird, der nicht blöd totgeschnitten wird mit over the shoulder, over the shoulder, over the shoulder, zweier, over the shoulder, over the shoulder, sondern halt in einer Einstellung erzählt wird, die der Szene Platz gibt und einen viel mehr so da reinzieht, finde ich, weil du dich mehr so auf das Surrounding konzentrieren kannst und in dem Moment die Stimmen genug zeigen und du nicht die Gesichter brauchst. Weißt du, das brauchst du in dem Moment nicht. Ja. Und gleichzeitig dann aber auch so diese Abschlussszene, wo sie eben zum Uber fahren, zu dieser blauen Wand, zu der blauen Garage laufen und es einfach da bleibt, die Einstellung. Ja. Und du spürst diese so, diese Tension, die da ist, so dieses, Klima und du fühlst dich aber auch so ein bisschen distanziert, weil die ist ja in dem Moment dann ja auch schon Sinn, weißt du. Ja. Und es ist so, es ist wunderschön, es sind richtig starke Bilder, die extrem viel Spaß machen. Aber das ist einfach ganz toll. Nee, das ist ja auch dieses, generell diese Endszene, wo die Kamera einfach nur still mit dem mitläuft, nach links, also rückwärts theoretisch und dann wieder, er steigt ins Auto ein, sie verabschieden sich und sie läuft wieder vorwärts. Und das ist das Geile, weil sie schaut bis dahin zurück auch auf ihn, weißt du. Ja. Und steht quasi im rechten Teil des Bildes. In dem Moment, wo sie losläuft, geht die Kamera rüber und kartiert sie links. Ja. Sie schaut wieder Richtung Zukunft, läuft vor, sie, klar, sie heult und ist sehr emotional, weil es jetzt ein sehr krasser Moment war, aber es ist der Moment, wo sie ja auch abschließt damit. Ja. Und er ja auch, der wegfährt in dem Auto, er fährt ja auch nach rechts in die Zukunft, weißt du, von der Perspektive. Ja, safe. Und du siehst ja auch in seinem Blick so keine, keine Reue oder so, sondern halt dieses so, sondern so Closure einfach. Und sie ja auch so, sie heult zwar darüber, dass sie jetzt quasi diesen Freund, den ich verloren hat, aber dieses, diese Option, diese Idee, diese Idee verloren und gestorben ist quasi. Aber schaut in die Zukunft, was jetzt zu ihr als Person wieder passt. Ja. Und geht zu ihrem, geht zu ihrem Mann so. Es ist so ihre Reise gewesen in ihre Kindheit. Also irgendwie auch, es ist so, guck, umso mehr man drüber redet, desto geiler wird dieser Film, finde ich. Aber vor allem diese Bildsprache, ich gebe dir ein 5 von 5, die Bildsprache. Das ist insane. Das ist einfach super feine Sachen. Und ich glaube, vielen fällt es, weißt du, bei einem Dune siehst du 20 Rausschiffe fliegen und natürlich ist das geil, das erkennt jeder. Das ist aber so subtil und ich glaube, Leute sehen das oft nicht, aber man spürt das, weißt du? Man spürt diese Aspekte da. Ja. Und das ist geil, das macht richtig Spaß. Ja. Das ist auch so, wie man bei einem The Whale merkt, dass es 4 zu 3 einen Mehrwert hat. Genau. Um diese Glow, diesen Tension zu spüren und diese Blocken, ah, super, ich lieb's. Ton. Ton. Cool. Ja. Es ist halt ein Drama, wie gesagt, da fliegt halt auch wieder kein Flugzeug oder so, weißt du, so ist es relativ wenig. Ja, aber Schotts sehr atmosphärisch. Also wir haben es ja bei dir dann geschaut, du hast ja auch da wie Atmos und es war nicht Atmos, glaube ich, oder? Nee, nee. Fünf Punkt eins, aber trotzdem, du hast halt gerade so in dieser Szene, wo dieser Künstlerresidenz in der Natur, mal hier einen Grill, Zirpen, da und sowas, weißt du? Super geile Ambient-Sounds einfach. Genau, auch die Mucke war im Surround gemischt. Hat einfach, hat schön gepasst, fand ich. Genau, war einfach geil. Vier? Ja, vier. Vier ist okay, glaube ich. Das ist einfach nichts so krankes. Schauspiel. Schauspiel und Figuren. War ein Brett. Die Figurenentwicklung ist subtil, das haben wir ja schon herausgearbeitet. Das Schauspiel war intens, das war richtig gut. Das ist für mich eine Fünf von Fünf. Also auf jeden Fall, das ist so gut gespielt gewesen, so auch aus den Figuren rausgeholt, was ging, es war super. Ja. Ja, auch einfach wie, diese eine der stärksten Szenen, fand ich, also die an der Bar, klar, es gab auch nicht viele, es gab wenig Dialog, ehrlich gesagt so, aber der Dialog, der war, der war sehr wertig. Ja. Auch die ganze Szene im Bett, die war super. Ja. Jetzt hast du Spaß gemacht. Ja, es war geil. Dann fehlt noch die Story an sich. Ja, für mich so mit der schwächste Punkt. Also, ja, aber schwer zu sagen. Schwierig, gell? Weil man halt sehr viel reininterpretieren kann, aber Leute, die es nicht tun, machen es, passiert es dann auch nicht. Da passiert halt nicht so viel. Ich finde, dreieinhalb muss man dem mindestens geben. Dreieinhalb ist okay. Sollen wir dreieinhalb machen? Und was sagt dir dein Bauchgefühl? Mein erstes Bauchgefühl war dreieinhalb. Ja, same. Wenn wir drüber nachdenken, ist es für mich eine Vier. Ich bin hier reingekommen mit einem dreieinhalb. Ja. Jetzt je mehr wir drüber geredet haben, je mehr ich irgendwie auch selber nochmal gecheckt habe, was ich drüber nachgedacht habe, muss ich schon auch eher vier sagen. Sollen wir mal vier machen? Ja. Weil das ist schon, und das macht der halt anders als andere für mich. Vielleicht deshalb bin ich auch mit dem dreieinhalb irgendwie mal ursprünglich nicht reingegangen. Ja. Wir kommen auf ein 4,3er Rating. Dann würde ich, weil unser Bauchgefühl halt, wie niedriger sagt, auf eine Vier gehen. Ja, same. Weil ich finde jetzt, auf eine 3,5 aufzurichten, wäre für mich zu viel. Das wäre krass. Ja. Sorry, dass es hier vielleicht lauter wird, Leute. Schauen wir uns, was für einen Kinderfilm eigentlich noch nicht aus. Eigentlich an jetzt. Egal. Ja, ich finde, wir runden ja immer in die Richtung auf, wo unser Bauchgefühl hingeleigt hat und das ist für uns die Vier. Ja. Ich verstehe aber auch, dass Leute, die da eben mehr Anklang finden mit dem Grundkonflikt, da auf jeden Fall auch höher gehen. Weil, wie wir auch gesagt haben, der Rest ist halt wirklich einfach insane. Und das ist ein Film, den ich für den Film nochmal angucken werde. Weil ja auch einfach, das muss man sagen, nicht zu lang ist. Der ist schön, der fühlt sich nicht an, als würde er irgendwas übertreiben. Er fühlt sich aber auch nicht an, als würde er irgendwas auslassen. Weißt du? Ja. So, ja, vielleicht hätte ich mir fünf Minuten mehr von der Vorgeschichte gespürt, um mehr zu verstehen, warum, also wie die so krass angebonnet sind. Andererseits wurde es uns oft genug erzählt, weißt du? Ja. Und das hat ja eigentlich auch funktioniert so. Und sehr angenehme Länge hat es ja Spaß gemacht. Und ich glaube, wir beide waren gestern ein bisschen gut gelaunt. Ich glaube, wenn man ruhiger rangeht, ist es vielleicht auch nochmal immersiver, aber wir haben es jetzt auch gut aufgearbeitet. Also für uns zumindest. Ja, auf jeden Fall. Vier Sterne kommen hier auf jeden Fall mit. Absolut sehenswert. Hoffentlich rauen wir bei den Oscars es ab. Ich glaube, Original Screenplay könnte drin sein. Bester Film, glaube ich, hätte ich gesagt nicht. Da finde ich, da sind andere Stärker und andere Rating-Oscars mehr. Aber es ist ein super Film, der sich super echt anfühlt. Schaut ihn euch unbedingt an, bildet euch eure eigene Meinung, schreibt uns, wie ihr den Film fandet und bewertet gerne den Podcast. Ja. Willst du noch was sagen? Nee. Gut, dann tschüss. 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 Schauts a Street Schauts a Street both auch